Hi! Heute sehen wir das erste Video, wo es ins Eingemachte geht, in der Basic-Reihe und da möchte ich mit euch mal auf die verschiedensten Installationsarten eingehen und auf das ein oder andere hinweisen. Wie im ersten Video schon gesagt, hier unter Smart Home Home Assistant findet ihr die ganzen Schritte für die Basics-Reihe und da fangen wir heute mal mit Punkt 1 an. Installation, wie fange ich an? Also ihr müsst euch grundsätzlich immer überlegen, wie arg wollt ihr euer Smart Home aufblausen? Kleiner Tipp, es fängt meistens mit vielleicht mal dem Licht an, Heizungsthermostat oder oder oder. Und dann hat man ganz ganz schnell relativ viele Geräte. Der wichtigste Punkt, wo ihr wenig darauf achten solltet, alles was sehr ressourcenfressend ist. Also wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt Kameras mit einbinden und, und, und. Dann würde ich die erste Installation, die erste Installation mit dem Raspberry Pi als Anfänger, wird euch da nicht komplett ausreichen. Da wird die Hardware einfach an ihre Grenzen kommen und ihr werdet dann umswitchen auf dem Mini-PC. Beim Mini-PC gibt es zwei Varianten. Da gibt es die Möglichkeit, das Home Assistant OS direkt auf dem Mini-PC, wie jetzt in Windows zum Beispiel, zu installieren und den kompletten Mini-PC nur für Home Assistant nutzen. So habe es tatsächlich ich auch. Für die Profis unter euch, da gibt es aber auch die Möglichkeit, das über eine Proxmox-Installation zu machen. Proxmox ist im Endeffekt, ja, ich erkläre es einfach, ein Betriebssystem, mit dem ihr virtuelle Maschinen aufsetzen könnt. Also ihr stellt auf einem PC noch andere PCs. Das macht vielleicht Sinn, wenn man sagt, man möchte diesen PC noch für hernehmen, um sich ein eigenes NAS zu bauen oder, oder, oder. Da gibt es viele Möglichkeiten. Für mich persönlich, ich habe lange überlegt, was möchte ich denn noch realisieren. Das einzige, wo der Proxmox für mich vielleicht interessant gewesen wäre, um einfach eine Testumgebung vom Home Assistant zu schaffen. Das heißt, dass ich zwei Home Assistant Instanzen habe, habe mich aber dann dagegen entschieden, weil Proxmox bei mir auch gut mehr Strom gebraucht hat. Und Smart Home bei mir soll ja auch einfach auf die Energieeffizienz mit abzielen. Deswegen habe ich die Mini-PC-Variante entschieden. Ich würde jetzt kurz mit euch einfach mal jede Variante durchsprechen. Also grundsätzlich ist so, mit der Anfänger-Variante, was braucht man dafür? Ihr braucht einen Raspberry Pi. Es funktioniert mit einem 3B+. Da werdet ihr aber sehr, sehr schnell an die Grenzen kommen. Also ich empfehle, mindestens auf den 4er zu gehen. Der ist einfach deutlich performanter. Man kann den auch noch von den 1,5 GHz Grundtakt auf die 2 GHz hochtakten. Das läuft auch ohne Probleme. Sollte aber eine aktive Kühlung haben. Wenn euch das interessiert, wie das geht, kann ich das gerne einfach mal vielleicht in der fortgeschrittenen Reihe als Video mit aufnehmen. Ja, genau. Aber prinzipiell reicht auch der normale 4er. Ich hatte einen 8 GB. Der Arbeitsspeicher hat mir gut ausgereicht. Also ich glaube, für euch wird auch ein 4 GB Dicke ausreichen. 2 GB ist ein bisschen grenzwertig. Ich würde auf den 4 GB gehen. Einfache Empfehlung meinerseits. Probiert es aus. Ja, genau. Den Raspberry Pi, den müsst ihr euch auch im Internet raussuchen. Raspberry Pi Netzteil braucht ihr. Da empfehle ich immer das Original Netzteil, weil es gibt oft Nachbauten, die dann einfach nicht konstant die Spannung bringen. Dann hat der Pi Spannungsprobleme und und und. Also haben wir gerade, was das Thema 3D-Druck betrifft, gab es auch viele, die haben sich ein 4er Pi geholt, haben dann irgendein billiges Netzteil noch besorgt und dann gab es da ständig Probleme. Das wollen wir im Smart Home nicht. Deswegen empfehle ich tatsächlich das Original Netzteil. Ja, was braucht ihr noch? Ihr braucht eine Micro SD-Karte, die habe ich euch hiermit verlinkt und ihr braucht ein LAN-Kabel. Bitte fangt nicht an zu experimentieren und ihr wollt euer Home Assistant über WLAN steuern. Schließt den Pi direkt an euren Ruder an. Also mir ist auch kein Ruder bekannt, der keinen LAN-Anschluss hat. Der Pi ist ziemlich klein. Den Kamera anschließen, tut es in den Schranken. Wo der Ruder drauf steht oder wie auch immer. Na, genau. Dann fangt ihr an, holt euch den Raspberry Pi Imager. Den habe ich euch hiermit verlinkt. Hier könnt ihr im Endeffekt nach unten scrollen. Den gibt es für Windows, für Mac OS und für Ubuntu. Ladet euch den runter und dann, wenn ihr den startet. Bei Imager. Dann ist es sehr einfach zu handhaben. Der geht auf. Ihr wählt als OS. Geht ihr einfach auf aber Specific Purpose OS. Dort findet ihr unter Home Assistant und Home Automation den Home Assistant. Hier müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen. Es gibt zwei Varianten für den Raspberry Pi und zwar einmal für den Raspberry Pi 4. Das ist die obere in meinem Fall und der 3er ist einfach 1 drunter. Die klickt ihr dann dementsprechend an. Dann wählt ihr eure SD-Karte aus, wo ich jetzt keine drinstecken habe und drückt dann einfach auf Schreiben. Das habe ich hier einfach auch nochmal genau beschrieben, damit man das einfach alles nochmal schriftlich hat. Und wenn die SD-Karte fertig ist, packt ihr die einfach nur in den Pi. Steckt den Pi ans Netzwerk. Wichtig, der muss am Netzwerk sein für die. Und dann Strom rein und dann müsst ihr warten. Das kann dann der erste Bootvorgang bis zu 20 Minuten dauern und dann könnt ihr über eure Fritzbox oder euren Ruder an und für sich. Müsst ihr einfach reingehen. Ich zeige euch das jetzt mal, wie es bei mir ausschaut. rein, sag Heimnetz und Netzwerk und in meinem Netzwerk finde ich dann den Pi. In meinem Fall ist jetzt hier der Home Assistant auf der IP-Adresse 192, 168, 178, 165. ihr seht es auch ihr könnt es hier vorne nach verbindungstyp sortieren wenn ihr hier oben drauf drückt und daher per lan angeschlossen sein sollte wenn ihr darauf gehen ihr könnt euch dann die ap-adresse einfach nehmen das ist bei mir natürlich nicht gemacht also ihr könnt dann hier auf die 192 80 70 und die 65 und dann müsst ihr mit doppelpunkt 8123 euren home assistant auf da kommt dann erstmal ein kleines intro da wird er einige daten vor ich wissen wo ihr wohnt und 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 das führt ihr dann einfach durch und dann könnt ihr tatsächlich schon ins nächste video starten wo wir dann auf die anderen themen zu sprechen kommen kleine anmerkung noch ich empfehle keine sd karte sondern eine ssd karte mit einer ssd karte habt ihr einfach nicht lauf dir nicht gefahr dass euch die sd karte haupts geht die ssd kann einfach viel mehr schreibzyklen ab und ist dadurch einfach länger haltbar ja klar man braucht einen kleinen adapter man braucht auch eine sd karte aber so eine kleine micro sd karte die hat im normalfall jeder oder so daheim rumliegen und da geht es dann einfach darum dass ihr den bootloader umflashen müsst dass der pie und einem und einer ist also vom usb slot bootet weil ihr steckt dann mit so einem festplatten adapter hier steckt ihr nähe sd karte eine ssd karte einfach an den pie an das ist jetzt mal präferierte variante wenn man einen pie nutzt genau wenn ihr sagt ihr wollt home assistant os mit einem mini pc realisieren das ist eigentlich tatsächlich nicht viel anders ihr braucht halt einfach ein mini pc da schaut einfach mal auf ebay kleinanzeigen meiner hat 3,2 gigahertz und hat 8 gb ram das reicht dicke ich kann euch da auch gern einfach mal zeigen wie ausgelastet der ist wenn ich jetzt hier in meine gläser reingehe das ist ein tool wo man einfach sieht wie ausgelastet der ist sieht mir hier cpu ist bei 9 prozent das bedeutet auch die cpu braucht in dem moment jetzt nicht viel strom und mein memory also mein ram der ist bei 28 prozent 28 prozent von 8 gb könnt euch ausrechnen also ich habe da auch noch genug puffer nach oben aber da ich noch das ein oder andere projekt umsetzen möchte mit euch zusammen macht es auf jeden fall sinn bei mir ob ihr jetzt 8 gb braucht ist jetzt weiß ich nicht kommt darauf an wer sagt ja macht das 16 kameras oder so mit rein kann das durchaus sein ja beim mini pc ist wird es ein bisschen anders geflasht ihr müsst euch den balena etcher runterladen einfach hier auf download balena etcher dann installiert ihr euch einfach den balena etcher und wenn ich den öffnen balena etcher dann ist es hier tatsächlich so ihr sagt hier flash vom url dann nehmt ihr die url die ich hier hinten muss es sind gepostet habe schnappt euch die aktie hier rein ist jetzt ich habe das hier unten schon gemacht drückt auf ok dann lädt er sich das image runter und dann wählt ihr noch eure sd karte aufpasst da bitte auf nicht dass ihr jetzt irgendeine externe verspricht ihr angeschlossen habt oder so damit flasht ihr nicht flaschen wollt dann flasht ihr dass das geht auch relativ zügig dann und dann mit der sd karte ab in den mini pc jetzt müsst ihr in dem mini pc in eurem bios noch ein bisschen was umstellen deswegen habe ich hier gesagt fortgeschrittene für fortgeschrittene user es sollte wissen wie man ins bios kommt das ist das können kann unterschiedlich sein es kann es escape sein es kann f1 sein es kann f12 sein es kann entfernen sein da müsst ihr euch einfach mal schauen wie das bei euch dann dementsprechend ist wird oft beim stattbildschirm als setup beschrieben und da ist es dann einfach wichtig dass ihr uefi boot aktiviert und secure boot deaktiviert was auch noch wichtig ist das habe ich hier gar nicht reingeschrieben die virtualisierung muss ausgemacht sein so damit ihr jetzt mal sieht wie wir das hier alles machen genau ich hier und dann die virtualisierung es ist ganz ganz wichtig und dann haben wir das jetzt auch hier schon drin stehen als bei euch wenn ihr euch das video anschaut und vielleicht hier drauf klickt dann funktioniert das genau dann gibt es noch die proxmox variante das ist für profis da fliege ich jetzt wirklich ganz kurz drüber weil ich möchte einfach bloß zeigen dass es gibt ihr braucht im endeffekt genau dasselbe wie für mini pc hier müsst ihr ein paar andere einstellungen machen und zwar uefi boot aktivieren die virtualisierung muss aktivieren und secure boot muss deaktiviert sein dann ladet euch das proxmox image runter lässt es auf auch mit balena etcher auf usb stick wurde dann von dem usb stick installiert das auf die sd karte die ihr schon im rechner verbaut habt dann könnt ihr auf die ip adresse also das zeigt euch das programm dann auch an könnt ihr auf die ip adresse connecten da müsst ihr dann im endeffekt noch zwei skripts ausführen und dann installiert sich home assistant auch von selbst und dann habt ihr halt einfach noch den proxmox genau ja ich hoffe ich konnte euch da jetzt einen kleinen überblick verschaffen wenn ihr fragen dazu habt dann schreibt es bitte das gerne in die kommentare ich werde dann versuchen so gut wie möglich zu beantworten wenn es nur wenn ihr wirklich irgendwie support oder so sucht dann kommt es bitte auf discord vorbei weil oft ist es einfach viel einfacher wenn ich es mir das anschauen kann das problem was ihr habt oder einer von den jungs der im gramm mit da ist und sich ein bisschen was mit auskennt ja und dann würde ich noch sagen wenn euch das video gefallen hat wenn euch das weiter geholfen hat gerade was entscheidungsfindung geht welche hardware brauche ich an und für sich dann lasst gern leichter abonniert den channel um kein video mehr zu verpassen solltest du natürlich jetzt sagen ich kenne mich mit dem ganzen zeug schon aus was jetzt in die basics kommt schau dir gerne fortgeschrittene reihe an da geht es noch ein bisschen um andere themen die einfach ein bisschen ein bisschen schwieriger sind würde ich jetzt mal sagen und dann gibt es ja noch die projektreihe wo ich im endeffekt alles was im basics und fortgeschrittene behandelt wurde dort auch noch umsetze in diesem sinne wünsche ich euch heute noch viel spaß habt einen schönen tag und wir sehen uns dann abone die 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 Vielen Dank.